Wie fandst du den Abhüll gerade? Ich muss malen, weil hier so hell ist. Servus Leute, neues Video auf YouTube. Ich bin der Jonas und schaut euch mal den Ausblick an. Das erste Video aus Finale und heute geht es direkt richtig los. Wir fangen zum Einstieg an mit dem Man DH. Sind hier so 400 Höhenmeter hochgetreten. Der Tim und die Elena sind dabei. Und mega geiles Wetter, es hat keine Ahnung, 15 Grad oder so. Und bevor die zwei sich noch mehr den Arsch ablachen über mein Intro. Der Tim weint immer noch. Gehen wir mal auf die Strecke, wir checken den Man DH aus. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß mit dem Video und wir sagen, let's go. Alles gut. Alles gut. Oh Alter, ist das rutschig. Das einzige Röllfeld, Alter. Alles gut. So, wir haben uns ein bisschen verfahren. Naja, egal. Man kann es einfach noch jumpen. So, weiter geht's. Aber übel am Sack. Ich springe gegenüber letztes Jahr. Jetzt sind wir am Seilen hier. Tag 1 nicht direkt komplett abfliegen. Und hier ist es schon steinig. Jetzt sind wir los. 睡覺. F***. das darf ich eigentlich nicht lang. so, Reifen beim Tim gepflegt also hier ist der Reifenverschleiß echt groß, nehmt auf jeden fall Kartuschen mit und Downhill Reifen fahren, Downhill Karkasse am besten mit Insert, ich fahre jetzt nur eine Downhill Karkasse, war ein Fehler nix oh Gott das ist einfach geisteskrank rutschig durch das ganze, die Wellen hier einfach und bei Tim da ist glaube ich wieder Luft raus ciao das war ein hartes Spitzkirchen hier oh 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 Trail Trophy oh 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 Typisch, oder? So, X-Men. Die Boys. So. 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 Wooh. So. 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 Ach du Scheiße. Das war's. Ah, das ist so nice. Untertitelung des ZDF, 2020 Ha!